Herzlich Willkommen bei Raffanus. Heute sind wir mal in Neugröth unterwegs. In der Schneidecker Straße hat letzte Woche ein neuer Sportplatz eröffnet, wo man auch die Trendsportart Parcours üben kann, wie ihr hinter mir sehen könnt. Hier kann man auch Street Workout machen und Parcours. Also hinter mir seht ihr den neuen Fußballplatz, also das ist jetzt ein Tartanplatz, also kein Schotterplatz mehr wie früher und es gibt auch einen Käfig, der hoch genug ist, damit nicht alle Bälle gleich rausfliegen. Also wir sind hier mitten im Fußballfeld, also ihr sehen könnt hinter mir, die Zäune sind hoch genug, damit auch kein Ball herausfliegen kann. Aber es gibt immer Leute, die drüber schießen können.